Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Cold Water Challenge des Vorstandes des Bürgerschützenvereins von 1567 Brackel. Am gestjährigen Tage ist die Stadtkapelle Brackel baden gegangen und hat sich bei dieser Gelegenheit ausgedacht, den Vorstand des Bürgerschützenvereins zur Cold Water Challenge herauszufordern. Diese Herausforderung haben wir gerne angenommen und werden ihr jetzt nachkommen. Schützenvorstand, antreten! Im Gleichschritt, Marsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die haben noch nicht genug. Ich scheint. Nass ist Nass. Danke, danke.